Ja liebe Freunde, es ist soweit. Wir haben unsere Schiffe zu Wasser gelassen und fahren jetzt los. Ohohoho. Was denn Brocken? Hol's raus! Wille Hall unk! Ohohohoi. Gerade kurz vom Boot hat er sich abgehakt oder? Ja. Hier wird mit ganz großen Krödern geangelt. Ah ja, ich verstehe. Jawoll, also, ich werde jetzt hier noch eine Abfahrt mit meinem Schiff mir vorm nehmen. Und zwar wird es hier diese Rausche, da hinten werde ich hier in halsbrecherischer Manier mit meinem Boot, und wenn ich mich jetzt hier befinde, runterfahren. Ich bin mal gespannt. Fast lang. Das ist krass. 3,8 Meter tief haben wir hier. Ganz schönes Loch. Wie ist das eine Abfahrt mit dem Wasser rein? Das ist ein Kontrikant an. Das ist ein einfacher, wie wir ihn toll haben. Hier ist das Wasser, als ein Schiff. Wenn wir das, wenn wir das, wenn wir das, nehmen wir den Wasser rein. Attach das Wasser ist sehr wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020